Vielleicht machen wir das ganz am Ende, um noch einmal jedes Monster zu sehen. Also, dass wir die hier auch alle voll machen, weil das scheint ja nicht so viel Arbeit zu sein eigentlich. Weil ich überlege mal, der ist auch schon so weit. Ja, die haben wir natürlich noch nicht erforscht, klar, aber... Was ist eine besondere Untersuchung? Ja, die haben wir ja schon. Großes Monster! Es gibt noch so viele neue, what the fuck is going on? Oh Gott, das Spiel wird noch sehr lange dauern, ey. Wenn es jetzt schon wieder neue Monster gibt, noch mal vier, dann habe ich ja noch mal vier Sachen, die ich farben muss. Ja, einmal müssen wir sowieso noch machen, aber ich glaube nicht, dass ich... Ich befürchte, ich werde nicht fünf, ähm... ...fünf, ähm... ...Knochen bekommen, leider. Allerdings werden wir die Forschung dann auf Niederrang nicht voll machen. Das ist ein... Das ist ein Deal, den gehe ich ein. Aber es kann auch sein, dass diese vielen neuen Monster, ich bin ja auch echt manchmal so ein bisschen... ...die sind bestimmt auch in dem neuen Gebiet, weil wir haben ja ein neues Gebiet freigeschaltet, was wir ja auch einfach betreten könnten, was wir aber halt einfach nicht betreten. Ähm, weil ich ja, ähm, erst noch die, ähm, Rüstung haben möchte von dem Rosafiech. Und die ganzen Waffen, und ich weiß auch gar nicht, was da noch alles auf meiner Wunschliste ist. Auf jeden Fall, ähm... Das werde ich auf jeden Fall noch machen, ne? Ähm... Das Bissele... ...machen wir auf jeden Fall noch. Zack! Optionale Quest. Was ist das? Ich weiß nicht, was dieses Braune heißt. Sind das irgendwie... Bekommt man da dann mehr Geld, oder...? Ach, das ist Spezial-Arena. Äh... Weil die Spezial-Arena-Quests auch nicht immer da sind. Ähm... Oh, Leute, ähm... Wir gehen eiskalt... Scheiße auf Abwechslung... Ab ins Korallenhochland! Ich finde, da kann man echt gut gegen den kämpfen. Zumal ich das Korallenhochland auch eigentlich echt gern mag. Und beim Anjan, da haben wir so viel im Wald gekämpft, ne? Ähm... Jetzt hat auch mal... ...ein anderes Gebiet... ...äh... ...verdient gezeigt zu werden. Ja... Ähm... Tschüss! Ich finde die Grundidee, dass er einen manchmal auch einfach direkt zum Monster bringt, echt eigentlich gut. Aber es passiert mir zu häufig. Also... Warum... ...kann ich mir aussuchen, wo er mich hinbringt, wenn er mich nicht hinbringt? So... Das ist halt... Manchmal ist es praktisch, grad wenn er einen zum Beispiel zu diesen super seltenen Rüstkugeln... ...äh... ...bringt, dann finde ich, es ist alles okay. Kann ich alles verstehen. Aber doch nicht so oft. Also... Ich glaube, ich habe allgemein noch nie eine Rüstkugel benutzt in diesem ganzen Game. Ähm... Da werde ich damit doch jetzt auch nicht anfangen. So... Hä, wo sind denn hier die Frühspuren von dem? Ihr wollt hier einfach nur wild rumfliegen, oder was? Ach, da. Das ist sogar eine Schupe von ihm. Da ist ein Schwanz von ihm in meinem Gesicht. Ja, war kein guter Erstschlag. Äh... Schweif meine ich natürlich. Der Schweif von ihm war in meinem Gesicht. Ah, der Raffalos macht das zweimal. Der Raffian nur einmal. Da muss ich auch mal dran denken. So langsam kriege ich ja auch die unterschiedlichen Kampfmuster von den Monstern rein. Man glaubt es kaum, ey. Hm. Oh, oh. Oh, oh. Dankeschön. Wenn ich jetzt aber auf meiner Seite hier... Ja, wenn ich nicht so doof, direkt wieder meine... Ach, ich bin auch... Blauf. Das ist halt manchmal nicht klug, was ich tue. Ich weiß, das ist nicht klug, aber trotzdem... Immerhin... Ich finde, das ist ein sehr schöner Kampf, um ehrlich zu sein. Würde ich ja hätten, wenn wir schon in der Wüste gewesen hätten, dieses Gaia Obata da gefahren. Hä? Ich bin eigentlich gesprungen. Ich dachte, ich kann so dieses... Ähm... So nachträglich bekomme ich den Effekt noch drauf, dass ich mich nicht bewegen kann. Das ist auch okay. Aber es ist immerhin ein Effekt... ...mit dem ich, äh, arbeiten kann. Zack. 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 Mich hat gefreut, dass wir heute den Suramagdaross zweimal machen konnten. Finde ich schön. Finde ich gut. Ich weiß, dass je höher der Jägerrang ist, desto öfter kann man den machen. Danke, Julian. Ich weiß nicht, dass er noch kacke... Come on. Also ich gebe zu, gegen den Rosaraffian muss ich gestehen, finde ich, sind die Waffen richtig gut. Die werden zwar schnell stummen, aber... Der wechselt halt auch öfter das Gebiet. Das... Alles klar, wie ich das gerade gesagt habe. Der wechselt natürlich auch öfter das Gebiet. Wodurch man durchaus Vorteile verzeichnen kann. Ja, blöd in die Fliege reinzugucken, was? Das wird jetzt mich komplett verarschen. Hier haben wir schon wieder so ein... Sehr schön. Da haben wir nochmal Explosionsschaden gemacht. Jetzt schön auf die Flügel gehen. Damit die brechen. Dann bekommen wir nämlich ein bisschen mehr Bonus. Glaube ich. Zumindest. Okay, jetzt ist es sauer. Jetzt machen wir hier kurz ein bisschen... Vertänzeln mal so ein bisschen mit ihm. Ja, der mag mich jetzt natürlich nicht, ne? Kein Geheimnis. Ich habe die Blitzfliege mal gut genutzt hier. Ich habe die Blitzfliege mal gut genutzt. So, jetzt ist es so, so... Was ich... Ich habe die Blitzfliege mal gut genutzt hier. Ich habe die Blitzfliege mal gut genutzt. Jetzt machen wir das, dass wir wieder in die Blitzfliege mal gut genutzt. Okay. Okay. Das ist das für ein Blitzfliege. So, jetzt machen wir noch zur Aktivite. Wir haben jetzt mal gut genutzt. So, jetzt haben wir mehr Zeit. Wir werden jetzt gerne etwas services, Also, dann gehen sie einfach mal. Aua Ja, allerdings habe ich gerufen, ne? So, einmal Waffe scharf machen, wir sind voll, das ist gut Ähm Ja, oh Mann Ihr seid so nervig, ne? Wo ist denn der Schwanz von dem? Da Vielleicht war er schnell genug, dass die mich nicht erreichen Euer Tod ist unnötig, ich sag's euch vorher, ne? Ihr rettet weder den Raffian noch euch damit Ja, im Gegenteil Euch schadet ihr auf jeden Fall Ja, so scheiß Stachel eher Soll ich dann mit, damn Kann wieder essen Es kann nicht immer Also Glück gehabt, dass er im Slalom um mich rumgelaufen ist, wenn ich das mal so sagen darf Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt wieder so einer Der ist von hier gekommen, ne? Spuren vielleicht von dem Vieh? Hallo Da hat er keine Spuren hinterlassen Woa Au, uh Au, uh Mir passiert hier grad zu viel Ist der Raffian noch hier? Ne, sieht nicht so aus Doch ist er Alle kriegen auf die Schnauze Aber ich glaube Der Kampf gegen den Demoyo Oder wie der heißt Demonjo Der wird cool Das ist nicht so der Kampf Wie der Gegen den Basil Da hab ich einfach keinen Bock drauf Weil ich befürchte, dass das eine Katastrophe wird Der Kampf gegen den Aber gegen den Der Kampf kann cool werden Woo Weil der hat auch coole Attacken Der hat ein cooles Moveset Also bis auf das Er hat natürlich Mich hier jetzt Mega unterstützt Und Ähm Ich geb zu Vielleicht hab ich ihn auch so ein bisschen Auf den Raffian gelenkt Hier ist ein Frühspur von dem gewesen Haha Stufe erhöht Wow Kannst du dich bitte nicht hinter mir verstecken? Was? Aua So alle weg Gut Das nehm ich Was ist hier jetzt noch? Ah hier geht's wieder zu dem Vieh zu dem ich will Okay gut Hier geht's an viele Seilwahn Waren die schon immer so viele? Hab ich die hier schon mal benutzt? Ich weiß es nicht Man munkelt Ja ich glaub ich weiß wo ich bin Aber Irgendwie auch nicht Ich laufe für den Käfer nicht daher Ach hier bin ich Okay gut Hashtag Orientierung Wie ein Stein lässt grüßen Ähm Okay wenn dich Wenn der hier ist Ist doch eigentlich mal ein ganz gutes Zeichen Dass er dann gleich Finito ist oder nicht Ähm Irgendwie ist es für beide blöd Wenn wir den Kopf von dem anderen sehen Das ist immer doof Wenn wir ihm direkt in die Augen gucken Ist es immer schlecht Für beide Weil dann bekommst du nämlich immer ordentlich Auf 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 Genuss Ich aber auch Fuck Fuck Ich darf mich wieder nicht bewegen. Danke, ich darf mich bewegen. Bewegung mag ich. Also wenn ich mich bewege, mag ich das. Wenn der Gegner sich bewegt, mag ich das auch, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ich mag es, wenn ich mich bewegen darf. Das ist klar, einmal vor dem Beyblade hier. Weg! Julian, gib mir Heilung. Julian, Heilung. Sag mal. Kommst du nicht durch, oder was? Wo bist denn du? Da bist du, ich komm zu dir. Komm. Teamwork jetzt wieder hier. Dann kriegen wir das auch hin. Ich bezweifle zwar, dass wir das Material bekommen, was ich brauche, aber vielleicht haben wir ja Glück. Wir müssen auf jeden Fall den nochmal besiegen, glaube ich. Also ich bin ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier der Letzte ist. Obwohl manchmal kriegt man ja so komische Sachen so irgendwie total oft. Wenn wir Glück haben, vielleicht doch. Hallo? Achso, falsche Tasse. Gewonnen! Sehr schön! Jetzt bitte Knochen. Also diese komischen Knochen brauche ich. Ich brauche keine Platte, ich brauche keine Flügel, ich brauche keinen Edelstein. Obwohl Edelstein nehme ich jetzt auch, aber... Eigentlich brauche ich... Eigentlich brauche ich Platte. Aber über Edelsteine beschwere ich mich nicht. Ich glaube... Ah! Sehr schön! Da ist der Rubin. Komm, wenn wir so viel Glück haben und sogar den Rubin bekommen haben, bekommen wir jetzt auch fünf Knochen. Und einen Rückenpanzer. Weil dann fehlt uns nämlich noch das große Gaia-O-Bata, das hole ich dann auch und danach werden wir uns alles von der Wunschliste kaufen. Und mein Gott, waren wir dann heute erfolgreich. Also Rubin, da haben wir auf jeden Fall wieder genug. Endlich wieder zum alten Glück zurückgekehrt. Ja... Zwei von fünf Knochen, ne? Also jetzt haben wir 15, wir brauchen 17. Vielleicht ja einer fehlt noch. Vielleicht zwei. Aber ich gebe zu... Ich will den eigentlich nicht noch zweimal machen. Ich bin da wenig... Ich bin da nicht so scharf drauf. Joa, es fehlt nicht mehr viel. Allerdings fehlt noch was. Ich würde gerne jetzt aber auch nochmal bei einer Expedition gucken, ob da was Neues kam. Für einheimisches Leben oder so. Weil, seien wir ehrlich, niederrangige Expeditionen wird es nicht mehr geben. Da werden wir nicht mehr für aufbrechen, glaube ich. Wäre komisch, wenn... Ähm... So, das niederrangige wurde halt irgendwie so ein bisschen abgeschafft. Mit... Dem... Hier ist eins, was ich noch nicht habe. Und ich muss da sowieso hin. Und... Ladies and gentlemen, wir gehen erst Gajau-Haare... Barthaare farmen und das neue Monster angucken. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch kommt. Und... ... ... ... ...